Moin und willkommen zu einem weiteren Türchen, einem Türchen, was Mila wieder geschrieben hat, das freut mich total, eine Jermaini deswegen auch und sie heißt der Eisprinz und die Winterrose und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Draco raste auf Skiern und Skistock durch die Schneelandschaft. Um ihn herum ein so grelles Weiß, dass seine eisgrauen Augen ihm schon wehtaten. Es ging steil bergab. Es war fast so ein Adrenalinkick wie Quidditch. Inzwischen hatte er ein gutes Gleichgewicht gefunden. Die Kälte peitschte ihm eiskalt ins Gesicht, während er die Piste hinunterraste. Und seine weißblonden Haaren tanzten im Wind hin und her. Es fühlte sich tatsächlich fast so an wie Quidditch. Wie Freiheit. Er atmete auf. Mann, war das ein verdammt geiles Gefühl. Plötzlich hörte er vom Weiten eine sanfte Stimme nach ihm rufen. Draco, es ist 5 Uhr am Morgen. Es ist gefährlich alleine. Draco stöhnte auf und sah genervt nach oben auf die schneebedeckten Hütten. Astorias kleine Gestalt vom Weiten. Die pechschwarzen Haare, das schöne Gesicht, war wie ein Punkt vom Weiten. Sie trug einen Morgenmantel. Er hatte keinen Bock auf diese Klette. Er hatte keinen Bock mehr auf das alles. Das einzig Gute an diesem Urlaub mit den Greengrasses und seinen Eltern war dieser Schnee und das Skifahren. Sonst nichts. Es war nur ein Kennenlernen. Mehr nicht. Das hatte ihm der Cissa versprochen. Und jetzt sollte er die Weihnachtsfeiertage mit ihnen verbringen? Das hatte ihm noch gefehlt. Und außerdem, was glaubte Astoria, wer sie sei? Er hatte bereits eine Mutter. Sie sollte sich bloß nicht so viel einbilden. Dachte sie wirklich, er würde ihr verfallen, nur weil seine verfluchten Eltern und ihre verfluchten Eltern die beiden verkuppeln wollten? Draco ignorierte sie einfach und fuhr weiter. Er tat so, als hätte er sie nicht gehört oder gesehen. Sie wusste aber, dem sei nicht so. Nach einigen Minuten sah er, wie sie zögerlich und enttäuscht wieder ging. Und es tat ihm kein bisschen leid. Als hätte er, nachdem der Krieg vor vier Jahren beendet war, und er endlich, endlich mehr oder weniger, ein freier Mann war, nichts Besseres zu tun, als sich von einer Frau nerven und einengen zu lassen. Seine Familie reichte ihm schon. Und dann sei am tiefsten Schnee eine Frau mit braunen Haaren. Sie trug einen roten Mantel über die Schultern. Es war kein Skianzug, einfach nur ein dicker, roter Mantel. Sie sah fast so aus wie ein Mädchen aus dem Märchen, das Draco aus seiner Kindheit kannte. Aber wieso kam ihm dieser Schopf so verdammt bekannt vor? Argwöhnisch beobachtete er die Frau. Sie schien im Schnee festzustecken. Es dämmerte gerade mal. Was machte sie um diese Uhrzeit hier? Hey! rief er instinktiv. Sie hob gestresst den Blick. Seine Augen weiteten sich. Granger. Es war tatsächlich Hermine Granger, Potters beste Freundin. Draco kam einfach ungeniert vor dem Hügel hervor. Granger, du? fragte er laut, um zu signalisieren, dass er es war. Er fuhr auf sie zu. Ihre bernsteinfarbenen Augen folgten ihm. Sie schien nicht glauben zu können, dass Draco vor ihr stand. Vier Jahre war es her, seitdem er mit seinen Eltern das Schulgelände verließ, als der Kampf stattfand. Und seitdem hatte er sie nie wieder gesehen. Hey, Draco, lange nicht gesehen. Sie schaute ihn nicht an, versuchte sich nur weiter zu befreien. Das war die Stelle, an der er gestern ebenfalls fast hängen geblieben wäre. Seit wann nannte sie ihn Draco? Sie waren Feinde. Sie hassten sich bis auf den Tod. Draco fuhr sich durch die Haare, um bessere Sicht auf sie zu haben. Noch immer versuchte sie, sich umständlich zu befreien. Sollte er ihr helfen? Er legte eine Hand in seine Hosentasche. Sein Zauberstab war in der Skihütte oben. Was sollte er jetzt tun? Wollte er sie wirklich tot sehen? Und dann auch noch an einem so lächerlichen Tod? So grausam war Draco doch nicht. Er war kein Todesser. Außerdem fand er es nicht einmal schlimm, dass sie Muggel geboren war. Sie war doch irgendwie auch eine aus Hogwarts. Eine von ihnen. Und nur Draco durfte sie ärgern. Nur er. Was zur Hölle wird das, wenn's fertig wird? Fragte er belustigt und beobachtete sie dabei, wie sie versuchte, sich zu befreien. Einfach um sie zu ärgern. Ich versuche gerade Walzer zu tanzen, antwortete sie schnippisch. Ich würde ihr helfen. Aber du hast mich noch nicht lieb gebeten, sagte Draco selbstgefällig und fuhr langsam um sie herum wie ein Wolf um seine Beute. Helfen wobei? Beim Walzer tanzen? Granger hob den Blick und lächelte das erste Mal. Draco starrte sie verdutzt an und blieb stehen. So hatte sie ihn noch nie angelächelt. Noch nie. Er verspürte das dringende Gefühl, ihr zu helfen. Kommentarlos fuhr er näher an sie heran und beugte sich hinunter, um ihren Fuß aus dem Schnee zu ziehen, was nicht wirklich funktionierte. Er erhob sich wieder und sah sie kühl an. Sie hob die braun und lächelte sarkastisch. Ich hab dich stärker eingeschätzt. Willst du mir keine Umarmung schenken? So schallend wie die Ohrfeige war, wäre das mehr als angebracht. Draco streckte seine Arme langsam und provokant aus. Sie runzelte belustig die Stirn. Fällt dir nichts anderes ein, um mich zu befreien, Eisprinz? Er verengte seine Augen zu Schlitzen, um sich ein Schmunzeln zu verkneifen. Sie hatte in Hogwarts schon stets einen frechen oder klugen Spruch auf den Lippen. Etliche Male hatte sie sich mit Draco angelegt und gekontert. Das war die klügste Hexe des Jahrganges, die Voldemort bezwungen hat. Sie stand vor ihm. Er fixierte ihre goldbraunen Augen. Sie seine Eisgrauen. Ihr freches Lächeln verblasste. War sie schüchtern? Dracos Arme sanken leicht durch den Anblick, waren jedoch immer noch ausgestreckt. Er war so viel größer als sie. Er lief zögerlich auf sie zu, legte seine beiden Arme unter ihre Arme und zog sie raus. Dann ließ er sie sofort wieder los. Sie atmete erleichtert auf. Danke, sagte sie ihm und lächelte kurz. Sie blickte wieder weg. Als wäre es der Plan gewesen, fuhren sie nebeneinander den Schnee bergab. Was machst du um diese Uhrzeit hier? Wiederholte er seine Frage interessiert. Sie kamen an einer flachen Stelle unten an und lösten die Verbindung von den Schuhen mit den Skistöckern. Vor ihnen glitzerte weit und breit ein langer See. Dahinter waren mächtige Berge. Die Sonne trat hervor, blendete und wärmte sie in dieser kühlen, eisigen Umgebung. Das Bild war atemberaubend. Sie blickte auf den See, schloss ihre Augen. Es ist so friedlich hier. Ich liebe es, wie der See glitzert, wenn die Sonne aufgeht, wie sich die Wärme in meinem Gesicht anfühlt. Es ist, als würde jeder auf der Welt in diesem Moment schlafen. Die Ruhe vor dem Sturm. Sie wurde nachdenklich. Draco sah nur ihr zierliches Seitenprofil. Und er erschrak fast etwas. Ihre braunen Haare wirkten plötzlich Gold. Sie hatte die vorderen Partien nach hinten gesteckt. Ihr Teint wirkte Gold. Auf ihrer Wange traten viele Sommersprossen hervor. Ihr Mund wirkte normalerweise schmal, doch war nun rosig und herzförmig. Sie war wahrlich eine Schönheit. War ihm das vorher noch nie aufgefallen? Als sie dann plötzlich zu ihm schaute, passierte seltsamerweise etwas in ihm. Ihre Augen, sie waren so gold. Mannte man sie vielleicht deswegen The Golden Girl? Zumindest machte das Sinn. Ihr Lächeln war zu einem verlegenen Gesichtsausdruck geworden. Vielleicht hätte ich das nicht ausgerechnet dir sagen sollen, Malfoy. Ich dachte, wir wären schon bei Draco, erwiderte er, und würde sich später für diese Sätze die Lampe gegen den Kopf schlagen. Wie Dobby, der Hauself damals, wenn er sich selbst bestrafte. Zumindest hatte er nicht gelächelt. Sie tat es dafür aber und blickte wieder auf den See. Und du, Eisprinz? fragte sie interessiert. Fast hätte er geschnaubt aufgrund des Plans seiner kranken Familie. Aber bei einer selbstbestimmten starken Frau wie Granger war ihm das schon fast peinlich. Ich bin hier die Weihnachtsfeiertage, antwortete er kühler, als er gewollte. Vielleicht war das einfach ein Schutzmechanismus. Lächerlich, dass er hier saß und nicht erzählen konnte, wie er sich von seiner Familie in dem Alter noch unterbuttern ließ. Und arbeitest du? fragte sie interessiert. Ja, ich bin CEO. Sie fing an zu lachen. Stimmt, hat man oft genug im Tagespropheten gelesen. Sie sah ihm in die Augen. Ich bin stolz auf dich, Malfoy. Draco, fügte sie mit einem Lächeln hinzu, während er ihr ruhig zuhörte. Sie standen nun voreinander. Du hast deinen Weg gefunden. Du lässt dir von niemandem mehr etwas vorschreiben. Du hast dich aus den Fesseln gelöst. Das ist nicht einfach und wird es weiterhin bestimmt nicht. Aber du hast es geschafft. Was habe ich groß geschafft? fragte er und ließ sich seiner Enttäuschung bei sich selbst nicht anmerken. Na, der Krieg! Alle, vor allem Harry, werden dir auf ewig dankbar sein. Dank deiner Hilfe ist der Krieg vorbei. Draco starrte sich stirnrunzelnd an. Wovon sprach sie? Sie redete weiter. Den Zauberstab, den du ihm zugeworfen hast. Du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt. Du hast dich gelöst. Wer vor Voldemort so mutig ist, dem wird ein Lebenslang nie wieder etwas Angst machen. Ron sagte sogar, dass du fast schon Gryffindor-Qualitäten hast. Aber deine Gerissenheit und dein schlechter Humor haben dich nach Slytherin verfrachtet. Sie lächelte. Er sah sie erstaunt an. Sie hat ihn gelobt. Sie fand ihn mutig? Er war mutig? Mein schlechter Humor kann nicht schlechter sein als Weasleys Qualitäten im Quidditch. Sie rollte lachend mit den Augen. Genau das meine ich. Sie nahm ihre Schier zur Hand und machte Anstalten zu gehen. Sie schien einen Moment zu überlegen. Dann tat sie schnell einen Schritt auf ihn zu, erhob sich und gab ihm einen zuckersüßen Kuss auf die Wange. Und bevor er darüber nachdenken konnte, flüsterte sie, das war für die Ohrfeige. Sie machte Kehrt und lief schnell weg. Der Kuss brannte auf der Stelle seiner kalten, hellen Haut. Ohne wirklich darüber nachzudenken, rief er ihr hinterher, Granger! Sie stand bereits einige Stufen höher an einer Treppe, die den Weg hochführen sollte. Sie wandte sich um. Für die Ohrfeige wäre ein Kuss auf die Lippen angebrachter gewesen, rief er frech und grinste. Plötzlich bückte sie sich und ehe er sich versah, erhob sie sich und warf einen dicken Schneeball auf ihn. Und sie hatte ihn mit voller Wucht getroffen. Du hättest eben mutiger sein müssen! Er schüttelte sich den Schnee ab. Dann hörte er wieder ihre Stimme. Ich reise morgen früh ab. Bevor er etwas sagen konnte, lief sie weg. Er starrte grinsend hinterher. Sie hatte in diesen 10 Minuten so viel gesagt, dass er nicht wusste, wohin mit seinen Gedanken. Sie fand ihn mutig. Er war mutig. Und jeder wusste es. Außer seine Eltern. 4.36 Uhr nachts. Oder morgens. Wie man es sehen wollte. Das war jetzt schon das vierte Mal, dass Draco wach geworden war. Jedes Mal träumte er von dieser Begegnung mit Granger und jedes Mal hoffte er, dass er nicht nur geträumt hatte, dass es Wirklichkeit war. Und jedes Mal an der Stelle, an der Granger ihm einen Kuss auf die Wange drückte, versuchte er die Situation nachzufühlen. Denn was er gefühlt hatte, war ihm fremd. Er kannte das Gefühl vorher nicht. Und er würde es gerne nochmal fühlen. Er hatte schon vergessen, wie sich ihre Lippen auf seiner Haut angefühlt hatten. Und irgendwie fühlte er sich seitdem nicht mehr so verloren. Er war kein Nichts. Granger, die klügste Hexe des Jahrgangs, hatte ihm, Draco, gesagt, dass er zum Sturz vom dunklen Lord Voldemort beigetragen hatte. Er startete gegen die Decke. Warum waren Frauen so viel stärker als Männer? Das sah er auch an seinen Eltern. Narcissa, von der er wusste, dass sie den dunklen Lord beim Identifizieren von Potters vermeintlichem Tod nach Strich und Faden hintergangen hatte, im Vergleich zu Lucius, der dem dunklen Lord wie ein Fluorwurm dabei zugesehen hatte, wie er seinen Zauberstab aus dem Holz einer Ulme mit einem Kern aus Drachenherzfaser vor allen beteiligten Anhängern in zweit zerbrochen hatte. Salazar. Wie sein eigener Vater erniedrigt wurde, auch wenn er in dem Moment keine andere Wahl hatte. Jämmerlich, wie ein Versager. Und trotzdem saß Draco immer noch hier, als finanziell unabhängiger junger Mann und musste sich noch sagen lassen, was er zu tun und zu lassen hatte. Peinlich. Jetzt schob Draco seine Decke endgültig von sich und rieb sich die Augen. An Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken. Er stand auf und lief in dieser kalten Skihütte auf und ab. Die kalte Luft zischte durch die Fenster und verursachte ein nervtötendes Zischen, das ihn in den Wahnsinn trieb. Und je stärker der Wind pfiff, desto unruhiger wurde er. Er öffnete die Tür. Sie knarrte. Er lief hinaus. Raus aus der Hütte. Ohne Jacke, nur mit Schuhen. Der Eisprinz. So nannte sie ihn. Irgendwie hatte sie seinen schlechten Charakter sehr romantisiert, dachte er sich. Oder vielleicht war es einfach die Wahrheit. Er war sich dem bewusst, wie gut er aussah. Aber nicht nur sein äußerliche Unversehrtheit und dieser kalte Mauerblick waren es, denen er diesen Namen verdankte. Es war auch seine innere Kälte. Weder äußerlich noch innerlich machte ihm Kälte etwas aus. Er war selber aus Eis. Vielleicht meinte Granger das damit. Der Schnee knatschte unter seinen Schuhen, während er Gedanken versunken auf die mächtigen Berge starrte. Sie hatte gestern etwas in ihm ausgelöst. Etwas, das schon längst erloschen schien. Er konnte nicht aufhören, an sie zu denken. Sie war augenscheinlich zierlich, aber der Schein trügt. Sie war stark. Sie war unabhängig. Sie war schön. Wie eine Winterrose. Und sie dachte, er sei es auch. Stark. Unabhängig. Doch er war es noch nicht. Er war noch immer in den Fängen seiner Eltern, der Traditionen und seines inneren Ichs. Er hörte sanfte Schritte hinter sich. Bevor die Person irgendetwas sagen konnte, hörte Draco sich kühl reden. Woher weißt du, dass ich hier bin? Mütterlicher Instinkt, antwortete die Stimme. Narcissa Malfoy legte eine Hand auf Dracos Schulter. Liebling, es ist bitterlich kalt hier draußen. Komm doch bitte hinein. Du holst hier noch den Tod, bat sie ihn sanft. Der Tod ist ein willkommener Freund, während das Leben ein hinterhältiger Feind ist, erwiderte Draco flüsternd, ohne sich umzublicken. Die Augen fest auf die Berge gerichtet. Astoria erzählte mit dem Vertrauen, dass du dich ihr gegenüber sehr abweisend verhältst. Gefällt sie dir denn nicht? fragte Narcissa weiter und Draco erwiderte in seiner gewohnt, leicht arrogant angehauchten Stimme, sie gefällt mir nicht. Er miet den Blick auf die Hütte nebenan. Narcissa seufzte leise. Findest du sie nicht auch makellos? Ich war bemüht, darum, dir eine Frau zu finden, die deinen Ansprüchen gerecht wird. Sie ist die schönste, die ich finden konnte. Sie ist jung und rein, intelligent, hat keine Vergangenheit und keine Flecken auf ihrer weißen Weste. Sie ist die Unschuld, wie sie im Buche steht. Draco wandte sich seiner Mutter zu. Sie hatte einen Morgenmantel an, ihre weiß-schwarzen Haare zu einem Dutt. Die weiße Haut seiner Mutter wurde zwar älter, doch selbst in der Dunkelheit erkannte man die Schönheit seiner Mutter. Dracos kratzige, doch leicht spitzbübische und hochnäsige Stimme antwortete mit einem Satz, den seine Mutter kurz erstarren ließ. Das ist es, Mutter. Sie ist zu makellos. Ich bin es nicht. Sie passt nicht zu mir. Mit den Worten wandte er sich zum Gehen, doch Narcissa hielt ihren Sohn an der Schulter. Was sag ich, Lucius? Und der Familie des Mädchens? Mutter, wenn du etwas tun willst für jemanden, doch diese Person gegen all deinen Prinzipien verstößt, würdest du es tun? Würdest du es riskieren? fragte Draco und Narcissa schaute ihren Sohn lächelnd in die Augen und streichelte ihm die kalte Wange. Ich habe es schon getan und das würde ich immer wieder tun, Liebling, an dem Tag, als sich Harry Potter das Leben rettete. Und es war eine richtige Entscheidung, obwohl sie dir fast falsch vorkam, richtig? Richtig. Vertraust du mir, Mutter? fragte Draco plötzlich und Narcissa nickte, ohne zu zögern. Natürlich vertraue ich dir. Dann bitte ich dich darum, dass dieses Gespräch nie stattgefunden hat. Du hast diese Nacht seelenruhig geschlafen. Draco, was? fragte Narcissa, doch Draco wandte sich entschlossen zu ihr um. Mutter, du sagtest, dass du mir vertraust. Ich will dir keinen Vergessenszauber auferlegen, weil ich dir nämlich vertraue. Narcissa schloss kurzahnd ihren Sohn fest in die Arme. Dass er, das sonst so gefühlskalte Ebenbild seines Vaters, seine Gefühle ihr gegenüber offenbarte, bedeutet hier in dem Moment alles. Was es genau bedeutete, wusste sie nicht. Doch ihr Sohn wusste durchaus, was er tat. Und wenn es deshalb war, dass er gegen die Prinzipien verstieß, dann würde sie vollkommen hinter ihm stehen, selbst wenn es hieß, des Lucius toben würde. Es wurde Zeit, Draco seine eigenen Entscheidungen treffen zu lassen. Sie lief mit ihrem Sohn gemeinsam zurück hinein, nicht wissend, dass sie ihn morgen früh schon nicht mehr am Frühstückstisch sehen würde. Während Lucius tobte, während die Greengrasses Wut in Brand ihre Koffer packten und während das Mädchen bitterlich Tränen weinte, konnte Narcissa nicht anders, als ihrem Sohn in ihrem warmen Pelzmantel und Winterstiefeln zu suchen, nachdem sie bemerkt hatte, dass die Winterrose aus seinem Zimmer fehlte, die am Fenster stand und prachtvoll in ihrer Schönheit blühte. Und sie hatte ihn vorgefunden, wie er mit gepackten Koffern am glitzernden See vor den mächtigen Bergen mit einem Mädchen stand. Gespannt beobachtete sie, wie das Mädchen im roten Mantel mit der Kapuze an der Winterrose roch, das Feuer in den Augen ihres Sohnes. Er hatte Farbe ins Gesicht bekommen. Auf seinem strengen aristokratischen Gesicht hatte sich, ohne dass sie es wahrscheinlich selbst bemerkt hatte, ein Schmunzeln gebildet. Ihr Sohn. Ihr wundervoller Sohn. Er war so schön. Seine langen weißen Haare lagen ihm ins Gesicht. Er streifte sie nach hinten. Seine hellen, eisgrauen Augen blickten stolz auf die Reaktion des Mädchens. Und Narcissa richtete sich überrascht auf. Sie erkannte sie sofort. Sie verstand ihren Sohn. Sie war so schön, wie eine Winterrose. Als ich das Märchen schüchtern auf Zehenspitzen stellte, ihre Arme um seinen Hals machte und sie anstalten machte, ihren Sohn zu küssen, macht Narcissa lächelnd kehrt. Er hatte eine starke Frau an seiner Seite gebraucht. Und sie war überglücklich, dass es Samina Granger war. Ein wunderschöner One-Shot, der sehr an einem Märchen erinnert. Schöne Weihnachtsgefühle oder Schneegefühle vermittelt. Und ja, war ein sehr schöner One-Shot. Vielen lieben Dank, Mila. Und ich hoffe, er hat euch auch gefallen. Schaut bei Mila gerne vorbei auf fanfiction.de. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Juhu!